Die bekannten Musiker Maik Müllerbauer und Andy waren im neuen Hopfensaal bei uns zu Besuch. Dies war auch ein großer Auftritt für unseren Kinderchor, die Halbtöne. Eben, ich habe mich begeistert, die Begeisterung, die die ganzen Kinder mitbracht haben. Also, dass so viele im Kinderchor mit dabei waren. Die Leute haben ja gemerkt, viele haben die Lieder gekannt und waren einfach total on fire und waren mit dabei. Die Gmünder Halbtöne sind der Kinderchor der evangelischen Kirchengemeinde und wir haben einfach Spaß und Freude zusammen zu singen und zu musizieren. Und neue Lieder zu lernen, alte Lieder zu lernen. Also, singen ist einfach eine ganz schöne Sache und auch eine Möglichkeit, Freude und Gott zu loben auch. Also, die Emily geht immer donnerstags um 15 Uhr zu den Proben. Es gibt für die kleineren Kinder Proben und für die größeren Kinder. Also, erst fangen die kleinen Kinder an um 15 Uhr und um 15.30 Uhr kommen dann die größeren Kinder dran. Wenn man dann merkt, bei einer Kirchengemeinde vor Ort, da ist ein echter Drive da, ein cooler Pfarrer da und Leute, die einfach was reißen, da ist das natürlich super. Genau, also ich fand es einfach total super, heute dieses Konzert zu haben. Der Mike hat einfach ganz tolle Lieder, ganz tolle Texte auch, ganz viel Freude am Glauben hat er rübergebracht. Und das ist auch mir einfach ganz wichtig, dass man, ja, Glaube nicht was Trauriges oder was Bedrückendes ist, sondern dass wirklich die Freude am Glauben zum Ausdruck kommt. Ich glaube, wir holen dich auf jeden Fall wieder. Du kommst ja sehr gerne wieder. Du kommst ja sehr gerne wieder. Das muss ja gleich.